Hallo liebe Let's Play Techbird Fans und Apfel Fans. Ich begrüsse euch aus meinem Let's Play Techbird Testlabor. Ich teste für euch die Rolli Apfel Ringli. Das Original mit 200 Gramm Inhalt sowie 7 Vitamine, 12% Apfelsaft. Die natürliche Farben sind von Natur aus schon Laktose- sowie Glutenfrei. Auf 100 Gramm 335 Kilokalorien sowie 70 Gramm Kohlenhydrate und 51 Gramm Zucker. So sieht es aus, ganz lustig gemacht. 1,50 Gramm Mottas gekauft übrigens. Jetzt mal auf den Säckli. Ganz frisch. So. Kartoffe. Uh. Es schmeckt sehr gut, so süss-säuerlich. Die Zunge vergeht mir schon fast im Mauer. So, nehmen wir den ersten Apfel Ringli. Sehr schön aus. Schau jetzt. Zuckrig. Hmmmm. Sehr gut. Gibt's die Rolllöckste? Ringlippt. Also Ringlippt. Upflippt. Mhm. Sehr gut. Gibt's die Zunge, so gut ist. So Strolli Apfel Ringli. Hmmmm. Sehr gut abgegangen. Süss-säuerlich. Schon recht süss, aber das Zeug. Man sollte nicht zu viel nehmen von dem. Ich habe ein paar in dem Säckli offen ist, damit man das Ganze isst und so. So hat man's ein bisschen auf die Seite gehauen. Ich nehme jetzt so zum Letzten. Zum Fazit Apfel Ringli. Hmmmm. Sehr gut. Mit der Säckli. Und nach der Zeit von den Apfel Ringli von Trolli. Würde Jangen weiterempfehlen. Im Klassiker, im Original hier. Wo man etwas süss-säuerliches will. Das ist wahrscheinlich ein wenig. Was noch auf den Apfel schmeckt. Ist wohl mehr ein wenig künstlich auch süss aus. Das habe ich aromatisiert von mir aus gesehen. Die ersten Orten zum Kaufen. 1,50 Mokko zum Beispiel. Soweit zwischen 2 und 3 Franken. Bei divers anderen Händlern. Zum Beispiel im Kopp. Also schon gekauft. Ich möchte mich herzlich bedanken. Auch noch zugeguckt haben von diesem Test. Von diesen Apfel Ringli. Gibt mir noch einen Like. Oder lasst ein Abon da. Wenn es gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Testvideo. Auf meinem Let's Play TV. YouTube und TikTok Kanal. Ade zäme. Wuhuuu. Tschüss zäme.